Moin ihr Lieben, ich bin Doc Esser und ich darf euch heute verraten, was hinter dem Türchen 21 versteckt ist und was ihr durch eure Spende unterstützt. Ihr unterstützt nämlich ein indigenes Volk der Palawan, die seit Jahren den illegalen Abbau bzw. die Zerstörung ihres Bergregenwaldes durch einen großen Bergbaukonzern dokumentieren. Aber leider trifft ihr David auf Goliath, sprich arm auf reich. Juristisch ist da kaum vorzugehen, wenn der durchschnittliche Arbeiter in diesem Dorf 30 Euro pro Monat verdient. Aber durch eure Spende kann es möglich werden. Dann kann nämlich die Menschenrechtsorganisation ELSC Palawan loslegen und versuchen, diesem illegalen Abbau Einhalt zu gebieten. Von daher, ihr unterstützt hiermit zwei Dinge. Zum einen ein indigenes Volk in seinen Rechten und zum anderen lenkt ihr die Öffentlichkeit auf die illegale Zerstörung von wunderbarer Natur. Vielen Dank dafür. Bleibt mir gesund und gewogen und frohe Weihnachten. Euer Doc Esser. Tschüss.